Göttin, Mutter, Anomalie, nach seinem eigenen Ideal bauen. Wir haben Angst, was daraus werden könnte. Organisches Stück, Schaltung, lebendiges Zitin, kein kalter Stahl. Göttin, Mutter, Anomalie. Wohlwollen, jenseitig, unendlich und ätherisch. Wir haben Angst, was daraus werden könnte. Wir wundern uns über seine Geschichte. Wir können noch viel mehr verraten. Göttin, Mutter, Anomalie. Was könnte ihr Zweck wirklich sein? Töten, Regieren, Bewachen, Heilen. Wir haben Angst, was daraus werden könnte. Was liegt in ihrer Erinnerung? Sie denkt, sie lebt, aber sie fühlt nicht. Göttin, Mutter, Anomalie. Wir haben Angst, zu was hier heranwachsen könnte.